Im heutigen Video geht es darum, wo du Tokyo Revengers legal schauen kannst. Ich würde mich über dein Abo freuen, damit du keine weiteren Anime-Videos wie diese hier verpasst. Tokyo Revengers kannst du ganz easy auf Crunchyroll gucken. Dort ist es kostenlos, wenn ihr es einfach nur mit japanischen Untertiteln gucken wollt. Wenn ihr es mit einer Synchronisationsfassung schauen wollt, müsst ihr allerdings ein Abo haben. Und somit ist es dann nicht kostenlos. Allerdings, wenn ihr einfach keine Probleme damit habt, könnt ihr auch einfach mit Untertiteln es kostenlos mit Werbung auf Crunchyroll schauen. Ich würde mich riesig über dein Abo freuen, um keine weiteren Anime-Videos wie diese hier zu verpassen. Ciao!